Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley mit den bekannten Verbrechern. Hallo. Moin. Jo. Ich würde sagen, äh. Oh, Marmelade ist fertig. Erst mal aufs Brot schmieren. Äh, gießen? Wollen wir dann in die Höhle vielleicht? Mal gießen, ja. Boah, geht das schnell, wenn man zu dritt ist, ey. Holy fuck. Oh. Nur klar. Ich bin mal gespannt, ob der Dünger wirklich was bringt. Ob wir dann hochwertigere Saat daraus bekommen. Oder Ernte. Ist ja gesagt. Warum nicht? Gibt's nicht auch so ein Ding, wo man halt das Zeug wieder reinsteckt und man da wieder Samen für rausbekommt? Ja. So. Komm. Ich hab hier nicht. Gucken wir uns sortieren, gell? Also nicht einfach nur reinwerfen. Achso, die Fische auch wieder rauspacken? Die Fische habe ich in die Verkaufsdrohe gepackt. Die könntest du hier reinpacken, ja. Lass die auch hier drin. Ja, ich kann die auch in den Verkaufsdrohe packen. Stimmt. Ah, es hat Wasser gegeben. Ja. Muschi irgendwo. Das ist meine Muschi. Ich mag die mehr. Aber mir gibt's immer Herzchen. Mir auch. Guck. Hier meine Höhle. Und war was drin? Nein. Höhle oder was? Ja. Ja, das ist alles gleich. Wir müssen nochmal im Gemeinschaftshaus da gucken, was die noch brauchen. Was für Items. Jo. Aber nicht jetzt. Irgendwann. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. 30. Ob wir immer noch bei 30 sind. Ah, 35. Medel. Medel, Leute. Hier ist der Ausgang. Leiter runter. Ja, hier ist sie auch. Mit Ansage. Okay. So, dann gehen wir in die Runde, ne? Ansage an Leiter. Was? Ansage an Leiter? Oh, ich habe Leiter gefunden. Ja, siehste. Aus, Maul, Junge. Warum stücken die eigentlich so viel? Ja, da unten ist nix. Da können direkt so Leiter. Jo. Wir haben fighten. Wir haben die gar nicht die Leiter. Die ist oben, an der anderen Leiter ungefähr. Ne, wir verlassen die Leiter. Wir sehen die nicht. Die kommt nochmal hoch. Weiter rechts davon, du kannst nicht wieder hoch. Bei mir war sie noch nicht frei. Hä? Bei mir war sie nicht frei. Ist ja auch schon da. Hast du die gefunden jetzt? Ja, ja. Ja, ist unten. Da ist es wieder Leiter suchen. Und die ist genau hier. Ich habe die Leiter gefunden. Nein, auf dieser Ebene. Ich habe die Leiter jetzt schon gefunden. Einmal mit Profis, ey. Einmal mit Profis. Fabio hat es aber auch nicht gescheckt. Ne. Jo, wie viel Kupfer hier einfach ist. Na, Pride Snacks, ich liebe, Fabio und ich haben richtig krass am Fight mit ihm. Und PAM ins Gesicht. Ätzler, Alter. Cool, ist immer gut. Du machst das da oben, ne? Ich bin tot. Ich habe die Leiter. Sehr gut. Machst das da, Fabio, ne? Nein, da oben ist nichts mehr. Ich bin schon mal runter. Ich komme mit. Äh, jetzt bin ich gerade blind. Ach, da oben. Ich habe Gleiter. Ah, das ist leider. Ja, hier ist nichts mehr, sagen wir schon runter? Ja. Die Leiter ist unten. Ach, hier Kistchen gefunden. Oh ja. Was haben wir hier? Wie geil, eine Zwille. Schleuder, Alter. Nötig Steine als Munition, okay. Joa, geil. Ja, geil. Da soll ich auch Steine haben. Kann ich jetzt einfach da rein? Ich mag aber die Schleuder nicht. Ich glaube, wir bräuchten bald mal ein besseres Werkzeug, weil wir brauchen hier schon drei Schläge wie ein Stein. Keine Muni, muss ich die erst noch craften, vernünftig? Nein, muss doch rechts klicken mit dem Stein. Ah, ja. Macht die Damage, oder? Ja klar, was soll die denn sonst machen? Ja, aber macht die viel Damage? Lohnt sich das Ding zu benutzen? Hier oben liegen noch Federmausflügel für einen, der noch platzt hat. Auf den Pride! Hey, wie schießt die denn? Ich dachte, keine Munition. Ich muss Steine... Ich habe Steine hier. Du musst die Steine nehmen in den Inventar und dann rechts klicken mit den Steinen auf die Zwille machen. Hallo, hier unten geht es doch weiter. Was ist denn für ein Zeug hier? Da liegen wieder Federmausflügel oben. Ja, hole ich gleich. Hier wird es nicht mehr. Oh, hier ist Eisenherz. Nice. Ich habe nicht mehr ganz so viel Energie. Oh, hier oben liegt noch Aquamarine. Für was das ist. Oh oh. Man geht auf die Drecksfledermaus drauf. Hier liegt ein Hammer. Na was? Was habe ich denn? Das ist ein Holzhammer Stufe 2. Wofür braucht man denn nochmal einen Hammer? Ja, aber guck mal, das ist er als Waffe. Die großen Steine? Nein, das ist eine Waffe. Ich musste essen. Oh, leider gefunden. Ich habe nicht mehr so viel Heal. Ich habe nicht mehr so viel Heal. Ich habe nicht mehr so viel Heal. Oh, Fabi? Ja, was denn? Du hast dich gerade voll von dem wrecken lassen. Ein Öl. Wie viel Damage macht denn jetzt der Hammer? Jo, du bist 13. Siehst du das, wie viel der macht? Ja. Das ist ganz ordentlich. Aber langsam als das Schwert wahrscheinlich, ne? Ja, aber guck mal, wie viel Damage der Hammer macht. Ich bin stuck. Okay, ich kann nur noch runter gehen. Tschüss. Da lässt er uns hier einfach der Verräter. Ich würde sagen, nach der Ebene gehen wir rauf, weil das ist eine 45er Ebene. Was bedeutet für ein 45er Ebene? Dass der Fahrstuhl hier reingeht. Achso, ja. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie nochmal ein Bosskampf oder sowas. Glaub ich nochmal ein paar Steine. Aber auch nicht. Genau. Mal gucken, ob da noch was gutes gibt. Dann raus. Komm mal her. Oh hier ist noch Quads. Und oben ist noch Eisen. Ich hab keinen draus mehr. Boah Fabi hier ist ganz viel Eisen. Ich geh mal mit der restlichen Energie, ich hab nur mit dem Eisen mit. Oh Gott ich hab auch so gut wie nix mehr. Hast du noch was zu fressen? Ne. Wir gehen jetzt raus. Ah ne ne warte mal. Ich will Schinken. Ich will fressen. Gibst du mir deine Rücken-Deckung? Weil kämpfen kostet nix. Energie. Dann baue ich das ab schnell. Oh hier oben wimmelt's n bisschen. Oh ich hab ganz will ich leben. Oh oh. Sonst geh ich schnell raus. Ich weiß da wo die Leiter ist. Oh ja ich mach mich raus hier Alter. Ich bin so low. Ich geh jetzt auch raus. Ich hab keine Energie mehr und hab nix mehr zu snacken. Kommst du Pride? Ja warte. Ich hab noch 10 Leben ey. Fuck. Was den Pride nur ihr Schlingel? Hör mal weg jetzt. Ich beschütze dich doch nur. Ich hab noch genug Energie. Gibt's Rüstung hier im Spiel? Ja. Normale Kleidung ne. Eigentlich nicht ne. Okay. Kino verlassen. Glühwimmchen. Geil. Wir kaufen die Hayabubu. Hayabubu? Hayabubu. Oh ich bin lost. Okay ich muss n Umweg gehen. Egal. Es wird spät. Jo. Wir werden morgen wahrscheinlich nur mit halber Energie aufwachen. Na passt schon. Mach mir morgen einen gemütlichen Kuscheltag. Bisschen angeln. Ja. Wir fischen ja genug Kohle aus. Wie schön wie es geht. Ich komme jetzt auch. Ich fliege auch im Bett. Naja Moment. Hier steht noch eben das Eisenerz was ich hab in den Ofen. Damit das nicht so lange dauert morgen. So. Kommst du? Ich darf nicht. Ah jetzt darf ich ins Bett gehen. Ah. Oh guten Morgen Pride. Hast du gut. Habt ihr das auch die Animation? Ja ja. Kommt da Opa? Oh schade doch nicht. Ich hab was gehört irgendwie. Neues Herstellungsrezept. Treppen. Geil. Ich hab ein Lebenselixier bekommen als Herstellungsrezept. Oh das ist auch geil. Ja. Jo. Letzte Nacht gab es ein Erdbeben. Was das wohl zu bedeuten hat. Wait. Ist unsere Erd im Arsch? Nein. Oh ich hab meine Ernte jetzt in die eine Kiste reingepackt. Äh. In meinen Sachen aus dem. In die Graue ja. In die Graue ja. Hallo Olli Molitov. Das ist so peinlich. Ich habe meine violette. Wie. Habe meine violette Glückshorts verloren. Ich sage dir das. Weil ich ihr vertrauen kann. Wenn du sie für mich findest. Bringen sie mir unauffällig zurück. Ich zahle gut. Danke. Bürgermeister Luis. Auftrag annehmen. Ha. Jeder Bürgermeister. Der hat doch nicht mehr alle Flitzpiepen im Schrank. Flitzpiepen im Schrank. Was sagt die Zeit? Alles Ätzler. Äh. Winterwurzel. Die behalte ich mal. So. Habt ihr die Öfen schon befreund? Ja. Einmal. Sehr gut. Da sitzt so ein vor Eisen drin. Ich nehme schon mal unser Kupfer. Hat noch jemand Eisen? Das ist alles in der Kiste von mir. Alles in der Kiste. Neh mal unser Kupfer und geh mal kurz zum Schmied. Und gucke was das kostet mit nem Upgrade. Geh auch mal zum Schmied. Ich muss was aufmachen. Oh wat. Ja das noch. Ne Geode. Ne spezielle Geode. Ich kann nicht mal reden. Hier. Ja. Ach oh ne. Ach oh ne. Was denn mit den Mineralien? Soll ich die Augen mitnehmen? Wie denn was? Die Mineralien. Mineralien. Mineral. Mineral. Daran hab ich grad aber auch gedacht. Nehm mir einfach mal mit. Ja. Das Upgrade zu der Kupferspitzhacke kostet 5 Kupferbaren und 2000 Gold. Jetzt die Frage. Soll ich mein schon mal upgraden lassen meine Spitzhacke? Ja wir machen dann alle. Dann komm. Wir gehen eben alle dahin. Hast du ein Kupferding ist dabei? Wir haben nur 13 Kupferbaren. Es fehlen noch jetzt 2 Kupferbaren damit sich jeder eine machen kann. Ja wir haben doch noch Kupferherz. Kann ich gleich Schmelzen nehmen. Wenn das Eisen durch ist mach ich das eben. Haben wir echt nur so wenig Kupfer gehabt? Also ich kann auch genau 2, 3 Kupferbaren kann ich noch machen. Ja passt ja. Aber dann wird einem erstmal die Spitzhacke weggenommen. Dann kriegt man die erst die Tage wieder. Dann gehen wir halt erstmal nicht in Jül. Dann können die angeln gehen. Du hast auch nichts besseres vor. Ich bin halt ein sehr fauler Mensch. Und beim Angeln kann man halt sehr faul sein. Wenn man auch Bissanzeige hat. Kann man sogar dabei schlafen. Und dann piept es wenn da ein Fisch dran ist. Darauf erstmal ein Schlückchen B. Oh ne kein Schlückchen B. Das ist Abigail. Na meine Süße. Oh ne. Hast du dein Haus überhaupt irgendwie eingerichtet? Das wäre mein erster Gedanke wenn ich ein Haus hätte. Danke Abigail. Wohin gehst du? Abigail? Hallo? Was ist hier? Ist hier die Bibliothek? Das ist das Museum oder? Das ist das Museum spenden. Was spendest du denn jetzt ein Dino ein? Ja. Nein. Aquamarine. So. Darauf erst mal ein Schlückchen B. Ich geh mal zum Schmied und mach meine Facken. Ja ich warte vom Schmied auf euch. Okay. Oh. Sternfrucht. Fabi komm du bist doch grad hier. Weißt du ich kann das nicht wegkriegen. Da oben liegt das Kupfer bei Pride. Siehst du es? Achso das ist meins? Ja geh rauf. Hast du erst einsammelt hin gehört das Kupfer? Ich hab mir einen Platz im MNCH. Ja hier. Oh ja du musst meinst. Jetzt hab ich die wieder. Oh. Der hat jetzt gepiept. Bei Pride ist das Kupfer Fabi. Geh mal auf Pride zu. Jetzt hast du es. Äh. Ich muss deine Diode aufbrechen. Dein Kupfer lege ich dir hier vorne vor die Tür ja? Du musst Dioden aufbrechen. Mach du mal. Ich warte. Mhm. So mit Abigail hab ich schon ein Herzchen. Und während ich warte bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Dankeschön. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Und eine Donation. Ne das nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.